Wir möchten Sie recht herzlich im Phoenix Hotel Seeblick in Wismar willkommen heißen. Nach liebevollem Umbau des ehemaligen Kurhauses an der Seebrücke des Seebades Wehndorf verspricht unser Hotel Ruhe und Entspannung nach Ihren Wünschen. Unsere 54 individuell und liebevoll eingerichteten Zimmer verfügen über allen Komfort, den Sie von einem Vier-Sterne-Hotel erwarten. Neben unseren Zimmern im historischen Haupthaus und im Gästehaus stehen Ihnen im Neubau unsere Businesszimmer mit Klimaanlage, Lift, extra großen hohen Betten und Cafébar sowie teilweise mit Seeblick und Balkon zur Verfügung, die mit einer gehobenen Ausstattung begeistern. Eines davon ist außerdem als behindertengerechtes Zimmer ausgebaut. Ob Familie oder Geschäftsreisende, unser Team sorgt dafür, dass Ihr Aufenthalt im Phoenix Hotel Seeblick zu einem unvergesslichen Erlebnis wird. Dafür bieten wir Ihnen nicht nur einen bestmöglichen Service, sondern versuchen auch, Ihre ganz besonderen Wünsche zu erfüllen. Übernachten Sie bei uns mit Blick auf die Wismarer Bucht. In unserem Spezialitätenrestaurant verwöhnen wir unsere Gäste mit internationalen Gaumenfreuden, wechselnden saisonalen Gerichten und hochwertigen Weinen. Um dem hohen Anspruch an die Qualität der Speisen gerecht zu werden, verwendet unser Küchenchef nur die frischesten Zutaten. In unserem Phoenix Bar mit verschiedenen Saunen, Solarium, Anwendungsräumen, Ruhebereich und Fitnessraum können Sie entspannte Stunden verbringen. Genießen Sie wohltuende Wellnessrituale und Kosmetikanwendungen und tanken Sie wieder Kraft und Energie für den Alltag. Gerne stellen wir Ihnen Ihr persönliches Wohlfühlprogramm zusammen. Für Tagungen und Veranstaltungen stehen Ihnen in unserem Haus verschiedene Räumlichkeiten für bis zu 250 Personen zur Verfügung. Ob in unserer hauseigenen Bar oder bei gutem Wetter auf der Sonnenterrasse mit 120 Plätzen, bei uns finden Sie immer einen Platz für schöne Stunden. Mit der Ostsee, der Insel Pöhl und dem Wismarer Umland warten attraktive Ausflugsziele darauf, von Ihnen entdeckt zu werden. Besuchen Sie uns!